Oha! Das sieht aber intim aus. Bei Sturm der Liebe befindet sich Paul mit einer Blondine in trauter Zweisamkeit. Doch wer ist die Frau, die auf Vorschaubildern der ARD zu sehen ist? Paul steckt in einer schwierigen Situation. Er liebt Josi, traut sich aber nicht, mit Constanze Schluss zu machen. Die Anwältin wird trotzdem misstrauisch und beauftragt Tatjana, die Treue von ihrem Freund zu testen. Tatjana trifft also am Fürstenhof auf Paul und flirtet drauf los. Sehr zum Leidwesen des Sportlers und von Josi. Was wird sie wohl nach dem gemeinsamen Abend Constanze berichten? Gespielt wird Tatjana von Laura Egger. Sie kennen wir unter anderem aus Die Chefin oder Soko München. Zuletzt hatte sie eine Rolle in der Netflix-Serie Kids. Ab Mitte Juni wird sie dann bei Sturm der Liebe zu sehen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017